Dicht neben einem großen Wald, auf einer großen Wiese, war ein Elfendorf. Hey Jade, was ist denn? Die Königin hat gesagt, dass du kommen sollst. Was? Ich? Ja, du sollst zur Königin gehen. Okay. Oje, hoffentlich ist nichts Schlimmes. Komm, Green, du bringst mich bestimmt dahin. Hi, Lily. Hi. Zur Königin. Was will die bloß von mir? Ups. Oh, hallo Jade. Es freut mich, dass du gekommen bist. Ja, hallo. Es freut mich auch. Was soll ich denn machen? Du weißt doch, heute ist das große Osterfest. Und es muss alles vorbereitet sein. Und wir müssen ja noch die, du musst ja noch die Osterkönigin abholen. Sie hat ja schon die Einladung bekommen. Und du musst sie jetzt abholen. Okay. Und jetzt soll ich sie abholen? Ja, du weißt doch, wo sie wohnt. Ja. Okay. Dann geh jetzt bitte hin und bring sie hierher. Okay, mach ich. Bitte pass gut auf sie auf. Ja, klar. Puh, zum Glück nur sowas Einfaches. Ich dachte schon, ich werde verstoßen. Oh Mann. So, die Osterkönigin. Ich weiß nicht, ob es geht da lang. Obwohl, ne. Da lang ging es, glaube ich, zur Schneekönigin. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, genau. Hier ging es dahin. Da hinten sehe ich sie ja schon. Ja, das müsste sie sein. Okay, worauf warten wir denn noch? Los geht's. Hallo. Oh, hallo. Ähm, was treibt dich hierher? Ja, also ich soll dich holen zum Osterfest. Ah, stimmt. Okay, klar. Ich komme einfach mit dir. Genauso machen wir es. Und so brachte Jade die Osterkönigin zu dem kleinen Dorf. Wow. Ist das schön. Ich glaube, die Königin will dich jetzt sehen. Ich hole sie kurz. Warte hier. Okay. Königin. Jade, da bist du ja. Wo hast du die Osterkönigin gelassen? Die wartet da hinten. Auf sie. Ach so. Okay, ich komme mit dir. Hey. Na komm, Rainbow. Du willst doch nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Guten Tag. Hm? Oh, ich freue mich, dass sie da sind. Ja, ich mich auch. Ich habe mich schon so auf die Feier gefreut. Okay. Meine Elfen, also meine Feen, sie haben sehr lange dafür gearbeitet und das Fest vorbereitet. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie schon fertig sind. Ich werde mich kurz erkundigen. Bitte gedulden Sie sich noch kurz. Ja, klar. Ja, ich kann ja noch ein bisschen mit der anderen Elfe sprechen. Jade. Okay. Ich kann ja noch ein bisschen mit dir reden, denn du bist echt lustig. Danke. Hey, solange die Königin sich erkundet, kann ich dir doch meinen Baum zeigen. Oh ja, klar, gerne. Fach mit. Okay. Tada, hier ist mein Baum. Oh, cool. Und da setze ich immer. Toll, ich setze mich neben dich, okay? Na klar. Hier ist es richtig schön und man hat auch einen richtig coolen Ausblick. Sieht echt cool aus. Ach, da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Oh, Entschuldigung. Alles ist bereit. Ihr könnt jetzt mit uns kommen. Na klar. Und so kamen jedes Jahr zu Ostern alle Pferde und Elfen zusammen auf dem Festdagsbaum, um das Osterfest zu feiern.